Oh, come let me explode, and open up, get on Der sagt halt auch nur Danke Denzen wir erstmal ne Runde, yeah Okay, stehen sie halt alle da drinnen So addicted to him So addicted to him So addicted to him Him And when I am weak as I'm at all Breathe your lips and all I start to so Baby I hope so addicted to your blood Come let me explode, and open up, get on What's that? Die Zivir pingt sich selbst, weiß ich. Ich lau's dir sogar. Das ist ja ein schöner Grund, der gefällt mir. Der kann man den Oben töten? Ne, egal, ich komm. Alter, was? Äh, ich push raus. Das wird nie klappen. Raus. Raus. Taus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das hat sie so richtig für die gelohnt also ehrlich so hat jemand kills bekommen? ich hab da wen in der Mitte gewonnen ich hab da wen in der Mitte 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 was heißt denn da hat jemand kills bekommen? ich stehe 8 0 4 was nenn ich nicht kills bekommen? nenn ich entspanntes spielen aber wenn du so mit Kalex nicht stehst hast du auch gar keinen Spaß im Early warum? ja wenn du halt nicht reinkommst so oh ja und es ist ein Damage Schließung sehr gut ja freut mich ist allerdings One-Shot mit und Und jetzt kommt der Kugel an. Ich wollte noch BM, hast du das gesehen? Das war's für mich, dass ich das gesehen habe. Wir haben halt kein Glück mit Drachen die Runde 2, 3, 2, 3, 2, 1 Das war's. Ach, Mann. Gön mir auch keinen Spaß. Weißt du, wie lustig das jetzt gerade für mich war? Ich habe gerade die Schüssel zum Trinken angesetzt, ne? In dem On-Black seid ihr gerade nach vorne gestürmt. Als ich die Schüssel wieder nach unten getan habe, habt ihr ihn schon getötet. Ich wusste, dass das da kommt. Ich bin so tot. Protect me! Sehr schön, da habe ich sich wieder zusammengestorben. Du hattest den Shit. Er war kaum vorhanden. Du hattest den Shit. Er war da, der würde tanken. Ich war jetzt nicht beschätzt. Das war mein erster Tod. Nein! So, kaufe ich mir jetzt meinen Warrior? Er gibt mir 60 Adel. Ja klar, kaufe ich mir easy. Oh, er hält halt nicht mehr so lange. Ich muss da gleich ins... Ich schicke den Top-Land. Da läuft er. Ganz gemütlich. Vielleicht sollte ich den supporten. Der ist auf meinem Level, der ist in meinem Tempo unterwegs. Er ist halt ein gemütlicher, ne? Ist der Red von denen immer noch ab? Mhm Ich komm Warte Auf den Gegner Ich hab doch kurz hier oben Servus Servus Das ist halt so unbalanced Ey, der Dings ist fast da Go Piu Habe ich dir ein Schild geben? Ganz so ne Ist der tot? Er ist egoistisch, er möchte kein Schild sagen Unser Blue-Up ist da Sag mal, denk die Lux, die kann mich irgendwie mit ihrem Schild Ja, das macht sich die ganze Zeit Ich glaube nicht mal, dass die Lux wirklich spielt Also nicht, dass das der Spieler ist Ja, das ist ein Schilder Das ist ein Schilder Ich hab dich auf die Schilder Das ist das die Schilder Der Luchs ist bereit, wartet! Oh, der Luchs ist bereit, oder? Oh, shit! Der Luchs ist bereit, oder? Oh, shit! Das ist halt echt der MVP von denen! Das war der Turret. Spunselig wieder. Marcel? Warum hast du das nicht ausgeholt?